Unser Hauptziel bei dieser wissenschaftlichen Konferenz war es, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen eigentlich die gleiche Frage zu stellen, nämlich was bedeutet Theorien für die jeweiligen Disziplinen. Und unser besonderes Anliegen ist es, dass wir diese Diskussionen, die zunächst getrennt innerhalb verwandter Disziplinen geführt werden, danach in einem großen Event in der Halle zusammenbringen und untereinander austauschen. Und können wir auch im Rahmen der großen Interdisziplinarität zwischen Geistes- und Sozial- und Naturwissenschaften miteinander über Theorien sprechen und was bedeutet das für die Universität.